Gab es nicht im Original auch Mothra? Nee, im ersten Teil nicht. Im zweiten auch nicht. Im zweiten gab es den anderen. Ja, Gott, Angelus. Wie ist der so? Ja, ne? Ich habe gerade erklärt, mit dem Schiff, was im Schiff sind, Weben von Mothra zu sehen. Da gucken wir gleich nochmal. Du redest dann von dem Schiff hier wahrscheinlich. Meinst du das hier? Seht ihr das? Das da? Von dem Wrack. Ich glaube, das ist dasselbe. Glaube ich zumindest. Was ist denn das jetzt hier? Aber mal ohne Scheiß. Das ist immer noch da. Also das ist nicht einfach nur irgendeine Spiegelung. Das ist die ganze Zeit über da. Soll das ein Netz sein? Nein. Ja, ein Seil. Aber so lang? Und wofür? Könnte eben auch, wenn man halt diese Mothra-Theorie jetzt weiterspinnen wollen würde, könnte das auch von Mothra sein, oder nicht? Warum wurden wir hier nach draußen gerufen? Ich will ganz kurz gleich eine Theorie von mir geben. Zum Thema Mothra. So, du redest jetzt von diesem Ding hier. Aber wo siehst du jetzt hier Spinnen oder Fäden, Weben? Das hier meinst du, oder was? Das hier und das hier. Das sind aber keine Weben. Das sieht eher aus wie vom Stahl. Und das hier weiß ich halt nicht. Weiter links. Da meinst du? In der Mitte vom Schiff. Ich bin nicht bescheuert, aber ich sehe hier echt keine Weben. Das Zeug hier meinst du. Weiß ich nicht. Könnte auch dank der Qualität ein Dach sein. Ja, schau du mal selber nach und guck mal, ob das für dich immer noch aussieht wie Fäden. Meine Theorie oder meine Idee zur Mothra ist Teil des Films Theorie. Also erstmal, um zu erklären, wo die Theorie überhaupt herkommt. Die Theorie von Mothra kommt tatsächlich durch dieses Logo hier. Minus One und dann das G hier oben. Ich verstehe, oder ich habe lange nicht verstanden, wie man hier auf die Idee kommt, dass Mothra irgendwie Teil dieser Geschichte sein soll. Und laut der Theorie geht es nicht um das weiße G, sondern um das, was ihr hier drin im Schwarzen seht. Was aussehen könnte, wie Mothra, die sich gerade von einer Larve zum Schmetterling oder zur Motte, Entschuldigung, Entschuldigung, in eine Motte verwandelt. Das könnte, das sehen die Leute dann da drin. Da kam die Theorie her. Ja, plus noch, dass diese Fäden, Fäden, die hier im Logo nach unten gehen, könnten auch diese Glitzersporen von Mothra sein oder eben einfach die Fäden. Also man sieht hier sehr viel Mothra drin, wenn man es möchte. Könnte das irgendwie sein? Ich will es einfach jetzt mal nicht dementieren. Natürlich könnte es sein, das ist ja schön an Theorien. Irgendwie kann das immer erstmal so sein. Inwiefern Mothra jetzt hier drin Sinn ergeben würde, das weiß ich natürlich aber nicht. Aber, sollte Mothra eine Rolle in diesem Film spielen, könnte es eventuell sein, dass wir jetzt ja hier beobachten können, wie ein Schiff übers Wasser fährt. Godzilla schwimmt unten durch und später sehen wir nochmal das Schiff. Ist auch vielleicht ein anderes Schiff. Dann klappt meine Theorie aber nicht mehr. Dasselbe Schiff sehen wir später nochmal, das aufgebrochen ist und eben diese Fäden da rumhängen. Könnte es sein, dass Mothra auf einem Schiff gefangen ist und Godzilla das Schiff deswegen angreift, weil er Mothra da drin spürt, in irgendeiner Form, dass vielleicht während des Zweiten Weltkrieges die Menschen irgendwie an Mothra drangekommen sind und wisst ihr, worauf ich hinaus will? Godzilla hat deswegen, deswegen sagen sie auch, keine Ahnung, dann kommt vielleicht dann irgendwie Mothra auch dann frei, ist aber halt auch verletzt oder stirbt dann vielleicht auch kurz danach und dann kommt der Satz, Godzilla wird uns niemals vergeben, was wir getan haben. Der ist ja auch gefallen, der Satz. Das könnte natürlich so passen, ist aber schon sehr weit hergeholt, weil es gibt hier einfach, ich finde keine Indizien dafür, dass Mothra in irgendeiner Form eine Rolle spielen könnte hier drin. So, auch hier, warum wurden wir hier nach draußen geholt? Kontinent könnte natürlich alles wegen Godzilla sein, aber es scheint natürlich schon, dass die Geschichte hier irgendwie schon längst am Laufen ist. Das heißt, was ist denn einfach, wenn eine zweite Geschichte während der ersten Geschichte aufgeht und dann eine Gruppe von Leuten woanders hingeschickt wird, wo sie dann eben auf Mothra stoßen das Tier dann eben einsperren. Godzilla bekommt aber davon Wind und greift dann deswegen überhaupt erst die Schiffe an, um Mothra dann eben da rauszuholen. So, das könnte jetzt auch hier irgendwie sein, dass... Boah, ey, da musst du dir aber sehr viel aus dem Arsch ziehen. Dass Mothra dann hier auch nochmal einen Paden aus dem Schiff rausgeschossen hat, damit Godzilla den Weg findet. Hä? So. Das ist meine Theorie. Zur Mothra-Theorie, wenn die jetzt unbedingt rausposaut werden muss, das ist der Weg, den der Film geht, wenn Mothra mit dabei ist. Ich glaube aber nicht. Also, es fängt ja schon an, wenn du hier sagst, ich sehe hier drin Mothra. Ich sehe es dir jetzt auch. Ja. Aber wenn ich dir jetzt sage, ey, ich sehe hier drin übrigens gerade einen Wiesel oder einen Marder, das in der Motorhaube schläft, dann würdest du auch sagen, sehe ich jetzt auch. Ich glaube, da wird ein bisschen viel reininterpretiert. Ich glaube, dieses Logo soll einfach nur cool aussehen. Vor allem wäre es auch einfach dumm, Mothra anzuteasern mit dem G von Godzilla. Ich glaube da nicht so wirklich dran. Aber ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das Ganze jetzt erst auf YouTube seht oder ihr schreibt es mir jetzt mal kurz in den Chat. Habt ihr schon mal was gehört von dieser Mothra-Theorie oder nicht? Oder was sagt ihr dazu? Was ist eure Meinung dazu? Zur Mothra-Theorie. In Wirklichkeit, was ist das? Ein riesiger Werbegang von Monte. G steht für Gönner G. Ja. Das wird sein. Ich sag mal so, Brudi. Wenn du willst, kannst du hier schon Mothra drin sehen, aber ganz ehrlich, Digga, fühle ich nicht. Aber fühle ich halt echt nicht. Nee, keine Ahnung. Ich glaube es irgendwie nicht. Ich glaube, Mothra ist hier raus. Es geht um Godzilla und Godzilla macht alles kaputt. Und wir Menschen sind dran schuld. Ende aus, die Maus. Ja, okay. Scheiß drauf, Digga. Ja. Wow. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020